I wish you had my imagination Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ich wollte schon fast sagen Guide, aber diesmal ist es kein Guide, denn es ist ein, ja, so eine Art Announcement Video Über Neuerungen im Stream und über, ja, wie sich der Stream entwickelt und was ich geplant habe und was auch schon jetzt geändert worden ist Denn seit gestern habe ich ein neues System in Sachen Punkten am Stream eingeführt Und in dem Video möchte ich euch erklären, warum habe ich das gemacht, wie ist es mit den Punkten, jetzt, was könnt ihr neue Sachen kaufen Und so weiter Deswegen Die letzten Nächte lag ich irgendwie im Bett und konnte nicht wirklich einschlafen, weil ich mir dachte, okay Der Stream hat sich jetzt echt stark entwickelt über die letzten Monate oder auch im letzten Jahr hinweg Wir sind echt megamäßig gewachsen, ja, das habe ich auch natürlich größtenteils euch zu verdanken, denn ohne euch wäre der Stream gar nichts Deswegen danke, danke, danke da auch nochmal an euch, liebe Community Dass ihr da, ja, aus den wöchentlichen, täglichen Streams und YouTube-Videos was mitnehmen könnt, was euch irgendwie gefällt Sei es Ratschläge, sei es Hilfe, sei es Reviews, sei es Entertainment, sei es einfach nur abchillen Deswegen danke, danke, danke dafür an der Stelle auf jeden Fall schon mal Und ansonsten habe ich mir eben Gedanken gemacht, wie will ich das weiter aufziehen Und zwar, ähm, es ist so, dass diese ganze Review-Thematik und da Frage beantworten und da ist irgendwie, ähm, kannst du mir da irgendwie ein Raid-4-Team bauen Kannst du da wegen meinen Giants hingucken, kannst du das da machen Es gibt Streams, da sind 150 Leute am Stream und der Chat ist übersichtlich und man kann wirklich alle Fragen nach und nach beantworten Und es passt super und dann gibt es Streams, wie vor allem die letzten zwei, drei Streams, wo auch diese Vieweranzahl da ist und einfach wirklich pro Minute drei Fragen gestellt werden Und ich komme einfach nicht mehr hinterher bei diversen Sachen Um dem so gesehen vorzubeugen, wollte ich, äh, oder möchte ich, oder habe es jetzt auch schon gemacht, ähm, ein neues System einführen, was man vor allem auch am Stream in Sachen Punkte kaufen kann Diese Stream-Währung, diese Points, die ich habe, ähm, waren bisher, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich nur eine Protz-Währung, so nach dem Motto, wer hat am meisten, ja Also man konnte aus dem Shop nicht wirklich was Gescheites kaufen, weil Reviews mache ich kostenlos, ähm, und ansonsten gab es halt nichts, außer vielleicht dem VIP-Status mit dem Budget oder ein RTA-Kampf Mehr gab es eigentlich nicht wirklich, von daher waren eigentlich die Punkte nicht wirklich, äh, lohnenswert, sag ich mal, ja Deswegen wollte ich die Punkte für euch irgendwie attraktiver machen, ja Und was ich auch machen will, wo ich mich ziemlich lange dagegen gesträubt habe, eigentlich jetzt schon zweieinhalb Jahre ist Für euch Teams zu bauen, im Sinne von inklusive Runen Also mit Teams bauen meine ich nicht, äh, das Raid-4-Team, was du spielen solltest, das wäre vielleicht das, das, das Frontline, das, 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 das Backline Ähm, und ihr solltet die und die Stats haben, so viel Accuacy, so viel Speed, so viel HP und so weiter Sondern mit Teams bauen meine ich wirklich Euren Account in Optimizer laden und dem Optimizer Mit den Runen, die ihr habt, euer Team komplett fertigzustellen Heißt, das Team nicht nur zu bauen, im Sinne von die und die Monster, sondern wirklich die Runen Draufhauen, dass es gespeed-tuned ist, dass die Accuacy-Caps da sind Dass die nötigen Stats da sind, dass das Team funktioniert und so weiter Ich habe mich ja ziemlich lange dagegen gesträubt, aus dem Grund, weil Mein Anliegen von dem Stream ist nicht Geld zu verdienen oder ganz viele Follower zu haben oder ganz viele Views Sondern mir macht diese Interaktion in diesem Spiel Spaß und Leuten weiterzuhelfen Deswegen ist es so, wenn ich halt für euch diese Sachen mache, wie einen FWR machen, wie für euch einen Team runen Bin ich halt so der Annahme, dass ihr selber da nicht so wirklich viel lernt Weil jemand anders für euch die Sachen macht So war meine Einstellung in den letzten zweieinhalb Jahren Jetzt ist es aber so, aufgrund dessen, dass vor allem die letzten Streams oder dass, wenn eben nicht viele Fragen im Chat sind Die Streams immer sehr farmlassig bei mir sind, weil ich sehr viel farme, eben auch on-stream Will ich für euch den Content ein bisschen abwechslungsreicher gestalten Und das will ich nicht mit Openings zum Beispiel füllen, weil ich persönlich finde Openings jetzt nicht so spannend, sage ich mal Deswegen, wenn ich die ganze Zeit nur Openings machen würde, finde ich, wäre ich gar nicht mehr so gehypt, wenn da mal ein Net5 kommt Weil man das schon irgendwie so gewöhnt ist Deswegen mal ab und zu ein Opening, auf jeden Fall Ja, das bringt Unterhaltung, finde ich Aber nicht ständig Deswegen Openings, so weiter bleiben natürlich Aber was eben dieses Farming, diese ganzen Farmstreams ein bisschen interessanter machen könnte Ist eben, dass ich neue Sachen für euch in den Shop eingefügt habe, die ihr euch kaufen könnt Und das sind jetzt unter anderem auch Teams von mir bauen lassen Von TOA-Teams, von Arena Offensives und so weiter Warum habe ich mich jetzt dafür entschieden, das zu machen? Der Grund ist Ja, die Annahme ist, dass der Zuschauer, dem der Account gehört, selber da nicht so viel vielleicht lernt, weil es jemand anderes macht Das ist vielleicht der negative Aspekt Der positive Aspekt ist aber Erstens wird dem User dennoch geholfen, weil er kann dann sein Team vielleicht spielen, das ist das Erste Das Zweite ist, auch wenn er es selber nicht macht Und auch wenn zwar selber machen noch einen besseren Lerneffekt hat, als wenn es jemand anders macht Wenn jemand auf einen anderen Account guckt Und dann das von den Runen und vom Speedturing alles so macht Und der Zuschauer praktisch die Vorgehensweise sieht, wie jemand anderes mit dem Account umgeht Wie er an Team bauen rangeht und so weiter Ähm Finde ich kann trotzdem der Zuschauer ziemlich viel lernen Ähm Und das Dritte ist, auch für die anderen Zuschauer ist es interessanter Weil somit ist es nicht sehr farmlastig, sondern es geht immer um neue Sachen Ich baue auf irgendeinem Account vielleicht das erste Necro-Team Auf dem anderen Account baue ich gerade vielleicht einen Dragon Speed Team Das heißt, die anderen Zuschauer, finde ich, profitieren auch davon Weil sie vielleicht diverse Sachen dann auf ihren Account beziehen können Wie die, dann sehen die vielleicht auch einen Zuschauer, der ist gerade bei einem 1.30 Dragons Team Will ein 1-Minute-Team haben Sieht, was ich da vielleicht irgendwie baue, welche Monster und kann das vielleicht dann sogar nachspielen oder ähnliches Von daher finde ich Für euch Für die Community Teams zu bauen Inklusive Runen Ähm Ist eine Bereicherung nicht nur von abwechslungsreicherem Content Sondern vor allem auch für die Zuschauer Die dadurch wirklich auch viel mehr lernen können Als wenn es jetzt reine Farming Streams sind Wo alle 5 Minuten eine Frage kommt Wie baue ich mein Giants Team, wie baue ich mein Raid 4 Team und so weiter Deswegen Abwechslungsreicher Content Ist ein großer Punkt Den ich da Mit reinnehme Zwecks diesen neuen Sachen, die man da machen kann Dann ist es aber so Wenn jeder das machen könnte Wenn es praktisch so wäre Jeder könnte eine Anfrage schicken und sagen Hey, ähm Hier ist mein JSON-File Deswegen Ich will ein Giants Team haben Es läuft so und so schnell Schauen wir mal, ob die Runen passen und alles mögliche Ihr könnt euch vorstellen Wenn dann irgendwie 150 Leute da sind Ähm Dass das einfach zu viel ist Dass ich gar nicht weiß, wo ich anfange So, weil jeder das haben will Von daher Dachte ich mir, okay Wie kann ich Das Punkte-System und damit den Shop So anpassen Dass Ähm Leute sich eben Diese Sachen, dass ich Teams baue, kaufen können Durch Punkte Ähm Die Einfach durch Zuschauer verteilt werden Ähm Damit Damit Es nicht so ein Überfluss wird An Teams bauen Sondern ab und zu ist Und wie gesagt Das Punktesystem, wie es vorher war War halt sehr unbalanced Das Ding ist Man bekommt pro 10 Minuten 10 Points Das heißt pro Minute Ein Punkt Und dann gibt es halt Leute Die haben halt 70, 80, 90.000 Punkte Haben vielleicht aber nur 30 Stunden In Stream geguckt Weil sie einfach Glück hatten Mit dem Gambeln Weil sie bei den Streams dabei waren Wo ich immer raide Und beim Raid gibt es immer 100 Punkte für jeden im Chat Wenn ein Legendary droppt Und wenn ich halt mal einen 8 Stunden Raid Farming Stream mache Kommt halt da einiges zusammen Deswegen Ähm Das Punkteverhältnis Ist sehr verfälscht Ja Wenn irgendwie ein Zuschauer Zum Beispiel 30 Tage den Stream guckt Und ich tue Fast nur Reviews machen An den 30 Tagen Und Farme nicht viel Das heißt Sie bekommen keine extra Punkte Durch Legendary Drop Rates Im Raid Und dann am 31. Tag Tue ich nur Raiden Ähm Und ich verteile gefühlt Fast 2000 Punkte Weil 20 Legendaries droppen Dann steht es einfach nicht Im Verhältnis zu Ein Zuschauer guckt 30 Tage Zu einem Zuschauer Der vielleicht An dem 31. Tag guckt Und die anderen Vielleicht nur so halbert Weil einfach Das Punkteverhältnis Äh Einfach Nicht gescheit gebalanced ist Von daher Komme ich zum nächsten Punkt Nämlich Es war sehr schwierig Eben Dann Die Kosten Für die diversen Sachen Die ich euch auch gleich vorstellen Wer in diesem Shop dann gibt Zu erstellen Weil das Verhältnis Von Punkten ist halt extrem Beispielsweise Es gibt Wirklich zahlreiche Leute Die haben über 50.000 Points Und dann gibt es Leute Die haben 1000 Points Deswegen Beispielsweise Wenn ich jetzt sagen würde Okay 100 Leute haben Über 50.000 Points Deswegen sage ich Okay Für euch Einen Giants Team 50.000 Points 5 Teams pro Spieler Abgesehen davon Sollte er nicht mehr gambeln Wenn jemand 50k gambelt Und 100k gewinnt Dann Deswegen Ich werde den ganzen Tag Nur damit beschäftigt Ein Team nach dem anderen Zu bauen Weil einfach die Leute Die Leute die so viele Punkte haben Eine Anfrage Nach dem nächsten Spammen Deswegen Musste was her Was Einerseits Ein paar Leute Verärgern könnte Andererseits Aber auch Notwendig war Nämlich Ein Punkte Reset Ein Punkte Reset Ist immer so Nach dem Motto Unfair Nach dem Motto Die einen haben Jetzt ewig lang Gefarmt Haben vielleicht Für den VIP Status Gefarmt Jetzt ist alles weg Deswegen Habe ich mir überlegt Was kann ich machen Dass der Punkte Reset Vor allem Die Leute Die ganz lange Gespart haben Und die auch schon Länger Sub Auf dem Channel sind Deswegen auch mehr Points Kriegen Wie Kriegen die Trotzdem einen Bonus Für den Reset Weil ich finde Alles auf Null zu resetten Und komplett neu anzufangen Mit allen Leuten Gleichberechtigt zu sein Und so weiter Finde ich nicht gut Wenn jemand zum Beispiel 1000 Points hat Der andere 50.000 Punkte Der andere ist Follow Während der andere Schon seit 12 Monaten Sub ist Das finde ich Steht nicht im Verhältnis Deswegen Was ich mir gedacht habe Ist Ich habe sehr 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 lange Heute in der Arbeit Wohl gemerkt Mit einem Excel Sheet Wirklich Lange Drangesessen Was ich An Preisen Mache Ich habe Die Preise So angepasst Dass Sowohl Diese ganzen Sachen Mit Teams Bauen Und so weiter Für Leute Die kein Sub Sind Dennoch Wirklich Zu erreichen Sind In relativ Humaner Zeit Das heißt Man ist nicht Gezwungen Irgendwie In einem Sub Zu zahlen Damit man Eine Review Kriegt Weil das will ich Auf gar keinen Fall Ich will nicht In dieser Schiene Nur Subs Dürfen Das Und so weiter Weil das Taugt mir überhaupt Das ist gar nicht Meine Art Zu streamen Das mag ich nicht Deswegen Es gibt Ich habe das System So aufgebaut Dass man als So ich sage Anführungszeichen Normaler Zuschauer Zwar Bisschen länger Braucht Um diverse Punkte an Zahlen Zu erreichen Für diese Neuen Sachen Im Shop Aber dennoch Es auch Für Subs Nicht so Einfach Gemacht Habe Dass die Einfach Ein Sub Machen Und sich Sofort Ein Zwei Teams Bauen Lassen Können Ja Deswegen Ich habe Wirklich Sehr Viel Experimentiert Mit den Ganzen Daten In dem Excel Sheet Wie Passe ich Es an Was ist Eine Gute Angemessene Anzahl Für einen Sub Zum Beispiel An Punkten zu Kriegen Was Ist Eine Gute Anzahl Für einen Follow An Punkten zu Geben Was Eine Gute Anzahl Für Wie Gesagt Ein Toa Hard Team Zum Beispiel Bauen Wie Vier Punkte Ist Das Wert Ich Habe Echt Viel Kalkulation Gemacht Damit Es Wie Gesagt So Gebalanced Und Fair Wie Möglich Ist Dennoch Haben Natürlich Subs Vorteil Unter anderem Aus Dem Weil Sie Bekommen Dreifache Points Das heißt Pro Minute Drei Point Statt Ein Point Das heißt Logischerweise Jemand Der Sub Und Und Den Stream Supportet Kann Natürlich Mehr Fordern Was Aber Natürlich Nicht Heißt Dass Andere Die Keinen Sub Sind Nichts Fordern Können Wie gesagt Die Können Es Auch Brauchen Halt Länger Das War Mir Ganz Wichtig Dass Das Nicht So Ein Sub Only Ding Wird So Viel Zu den Punkten Deswegen Wie Bekommt Ihr Eure Punkte Wieder Zurück Und Zwar Ich Habe Mir Sowas gedacht Ich Und Auch Bis Nächste Woche Sonntag Bis Nächste Woche Sonntag Um 5 Uhr Abends Wenn ich Das Streamen Sollte Aber Ich bin mir ziemlich sicher Habt Ihr die Möglichkeit Auf den Stream zu kommen Und Zu Fragen Wie viele Punkte ihr vorher hattet Und Ich schaue dann wie viel das waren Und tue euch dementsprechend Je nachdem wie viel das sind Punkte zurück adden Aufgrund des neuen Verhältnisses Deswegen ist es ganz wichtig Beispielsweise Der VIP Status hat vorher 100.000 Points gekostet Was realistisch war weil so viele Punkte geschenkt worden sind durch Raid und ähnliches von mir Deswegen Der VIP Status kostet zum Beispiel nur noch 30.000 Das heißt 30.000 Punkte jetzt sind viel mehr wert als 30.000 Punkte letzte Woche bzw. die letzten zweieinhalb Jahre oder sogar drei Jahre Also wenn ihr zum Beispiel vorher 50.000 Points habt kriegt ihr jetzt nicht mehr 50.000 Points weil das ist mehr wert als es jetzt eigentlich ist Ich hoffe ihr versteht was ich meine Deswegen was ich mir gedacht habe ist Wenn ihr Punkte Geld haben wollt Ihr habt wie gesagt bis nächste Woche Sonntag Zeit euch bei mir zu melden Dann tue ich die manuell hinzufügen und zwar folgendermaßen Alle auch jetzt bereits bestehenden Subs bekommen für jeden Monat den sie bis jetzt gesuppt haben 1000 Punkte Das heißt ich möchte auch die Leute belohnen die in dem laufenden Monat gesuppt haben und nicht erst ab jetzt sondern auch davor Das heißt sollte jemand zum Beispiel schon seit 4 Monaten Sub sein bekommt er von mir 4000 Points weil ein Sub gibt 1000 das mal 4 sind 4000 Deswegen rückwirkend gibt es das für Subs als auch für geschenkte Subs zum Beispiel es gibt jemand der letzte Woche 16 Subs geschenkt Ich weiß es ist insane Deswegen wenn der sich meldet und ich denke wenn der hier zuguckt weiß weiß er von wem ich spreche bekommt dann seine 16.000 Points Das ist das Erste Das heißt die Subs bekommen die ersten Punkte wenn die sich wie gesagt melden Frist ist bis nächste Woche Sonntag Das ist das Erste das Zweite ist alle Leute die sehr lange gespart haben und ich habe eine Marke gesetzt und zwar bei 30.000 Points Wenn jemand 30.000 Points oder mehr hatte hat er die Wahl zwischen entweder er bekommt ebenfalls 1000 Punkte ob es 1000 sind muss mal gucken vielleicht sind es auch mehr Punkte muss mal schauen auf jeden Fall er bekommt entweder einen Betrag an Punkten aus Ausgleich für seine vorherigen Punkte oder was er machen kann wenn es ein Zuschauer ist der nur gespart hat für den VIP Status dann wenn er über 30.000 Punkte hatte kann er sich bei mir melden ich roll einen Würfel on Stream und wenn die Zahl 3 oder höher kommt ich mache es mit einem Random Tool deswegen random.org ist zum Beispiel so eine Webseite wie man es hier zum Beispiel hat 1 bis 100 und ich roll dann Onstream hier drauf und wenn die Zahl 50 oder höher ist bekommt er den VIP Status und wenn es 49 oder weniger ist dann bekommt er ihn nicht was ich damit machen will ist ich will den Leuten die Chance geben dennoch auf den VIP auf den VIP Status die lange gespart haben auch wenn jemand jetzt 30.000 Punkte hat und diesen simulierten Gamble gewinnt und dadurch doppelte Punkte kriegen würde das heißt insgesamt 60.000 wären es ja nicht 100.000 wie vorher dennoch finde ich das wäre trotzdem ein angemessener Betrag gewesen und das würde das Glück ausgleichen sage ich mal was vorher auch geherrscht hat mit dem Gamblen deswegen alle Leute die über 30.000 Punkte zu dem damaligen Zeitpunkt haben weil ich nachgucken kann weil ich habe die ganze Datenbank noch geexportet haben die Chance sich den VIP Status so zu holen wenn sie gewinnen bekommen sie ihn wenn sie verlieren bekommen sie ihn nicht und auch keine Punkte nachgeedit es sei denn es sind irgendwelche Subs oder so die schon von daher da habt ihr dennoch die Chance auf euren auf euren VIP Status ansonsten wie gesagt wie viele Punkte ich adde wenn ihr den Roll nicht machen wollt muss ich noch überlegen muss mal gucken vielleicht so 1000 Punkte pro 10.000 Schritt oder so könnte ich vielleicht machen mal schauen da muss ich mir noch was überlegen ansonsten wir können mal kurz die Sachen im Shop durchgehen was es Neues gibt weil bei manchen Sachen sind paar Sachen die ich wahrscheinlich erklären sollte und zwar die ganzen Bilder kommen noch das sind jetzt mal die ganzen Sachen die ich eingefügt habe die ihr machen könnt und ich fange jetzt mal langsam an und zwar VIP Status wer es nicht weiß man kann in Twitch den VIP Status kriegen bei einem Channel dann bekommt man so ein Ruby Icon vor seinem Namen und ist dann was ganz Besonderes ja deswegen das ist der VIP Status dann und jetzt gibt es zwei wichtige Sachen es gibt einmal hier Fragestellen und es gibt komplette Account Review und da ist jetzt wichtig was der Unterschied ist am besten klickt ihr immer hier rein weil dann könnt ihr genau sehen was was da ist und zwar eine Frage stellen kostet 10 Punkte und das ist jetzt folgendermaßen ihr könnt immer am Stream Fragen stellen ja deswegen nach dem Motto hey kannst du kurz auf meinen Account gucken und mir aus meinem Monster and Raid 4 Team bauen mache ich ihr müsst sonst nichts anderes machen keine komplette Account Review keine Frage stellen nichts nur einfach die Frage im Chat stellen oder hey ich habe gerade Ciao gepullt würdest du ihn runen kriegst du sofort eine Antwort dieses Tool mit diesen 10 äh Points ist dafür da wenn der Chat sehr stark am Boomen ist heißt wir haben sehr viele Zuschauer es kommen pro Minute irgendwie 3 Fragen oder so und ich kann einfach nicht alle Fragen lesen weil der Chat so runter scrollt ähm dass ich Fragen halt einfach überlese im Chat weil es einfach so viele sind und dadurch könnt ihr das hier machen und zwar wenn ihr hier zum Beispiel kann ich das gerade mal zeigen ich gebe für euch Punkte aus und zwar ähm ihr klickt hier rein und stellt eure Frage sagt man mal bla bla oder blu blu ja keine Ahnung und dann macht ihr redeem dann habt ihr jetzt diese Frage eingelöst und diese Frage kommt hier in mein Fragen Chat Tool deswegen ich sehe jetzt hier ah der Username hat die Frage gestellt und wenn der Chat ganz stark am Boomen ist dann tue ich erst hier in diese Liste gucken und tue diese Fragen abarbeiten und sobald die Fragen weg sind gehe ich wieder zurück in den Ingame in den Stream Chat und gucke okay wie ist der Stream Chat gestern noch am Boomen ist er nicht am Boomen wo habe ich eine Frage gesehen ähm deswegen wenn ihr diese 10 Punkte Frage macht die wie gesagt hier ist garantiert es dass eure Frage beantwortet wird weil sie in mein Question Tool kommt und das Question Tool hat eine höhere Priorität abgearbeitet zu werden als der Stream Chat ja deswegen das hier ist nur dafür da dass ihr gesehen werdet bei der bei den vielen Fragen müsst ihr wie gesagt nur dann machen sonst immer einfach so stellen dann was ist komplette Account Review wie es auch hier in dem Text ein bisschen heißt ist eine komplette Account Review mit deinen spezifischen Fragen zum Beispiel wo steht der Account gerade was sollte man farmen welche Dungeon wie sind die aktuellen Monster gerund wo könnte man was verbessern ähm wie könnte man zum Beispiel das Giants Team verbessern liegt es an Runen liegt es an Monstern wenn ja welche Monster worauf sollte man sich fokussieren mehr auf einen Dragons Speed Team oder doch mehr auf Teori Hart oder ähnliches deswegen das hier ist wirklich eine komplette Account Review und jetzt ganz wichtig basierend auf euren Fragen ich bin immer ziemlich allergisch wenn die Leute sagen hier Account Review schau meinen Account an wo ich dann immer sage was soll ich denn tun soll ich dein Account Level bewerten oder was soll ich machen deswegen das hier ist nicht so ein Ding wo man sagt guck auf meinen Account und sag was dazu sondern ihr braucht wirklich Fragen was genau wollt ihr von mir ne und wie gesagt hier sind ein paar Anhaltspunkte was das so für Fragen sein könnten ähm damit ich weiß was ihr wollt natürlich ist das auch sehr abhängig von was im Account es ist deswegen ein Early Game mit dem Account braucht natürlich nicht so lange und braucht auch nicht so viele Infos äh als jetzt zum Beispiel ein Late Game Account bei meinem Early Game Account da weiß ich sofort wo der Account steht da weiß ich welches Team du bauen solltest wo du deinen Fokus drauf legen sollst und fertig während bei einem Late Game Account mit irgendwie 80 Six Stars kompletter PvE Content Clear brauche ich eben vom Zuschauer Unterstützung was möchte er genau von mir weil er ist schon sehr weit im Game soll ich die Runen auf seinen Monstern mal gucken wie die sind oder was möchte er genau ja dann als nächstes haben wir eigentlich beziehungsweise wir springen mal kurz hier hin nämlich zu dem Farming Service und zwar der Farming Service den konnte man ja ursprünglich immer nur kaufen durch Donations nämlich eine Stunde Farmen für 1,50 jetzt ist es auch möglich durch wie soll ich sagen in Anführungsstrichen Free to Play Free to Farm Punkte am Stream deswegen wenn ihr euch 1500 Punkte verdient habt könnt ihr eine Stunde buchen ohne was zahlen zu müssen aber wie hier auch drin steht ist ihr könnt auch allgemein euch den Farming Service kaufen sag ich mal ja also wenn ihr irgendwie sagt keine Ahnung ich ich du würdest gern 5 Stunden Necro farm aber bist heute mit deiner Family unterwegs willst aber dann nach Hause kommen und willst irgendwie 3 Millionen Mana mehr haben dann sag mir Bescheid überweis den Betrag mit der Donation Nachricht hier so und so viele Stunden auf dem und dem Account logge ich mich ein mach es auch eigentlich immer on stream als Beweis dass ich es auch abgefarmt habe dann könnt ihr euch gerne einen archivierten Broadcast angucken oder ähnliches damit ich das wirklich abgeleistet habe ansonsten wie gesagt ist es auch stackbar das heißt hier ist es eine Stunde für die Anzahl an Punkte ihr könnt je viele Punkte ihr habt so viel so oft es kaufen wie ihr wollt je nachdem das ist wie gesagt Farming Service dreht sich um Farmen wirklich das heißt keine Teams bauen sondern ihr sagt mir was ich farmen soll ihr sagt farmen eine Stunde Dragons mit dem Team fertig da ist kein Optimizen dabei da ist nicht irgendwie ah ich würde doch lieber das spielen weil es ist schneller du sagst das Team du sagst die Chaos Dungeon oder Rift Dungeon oder Raid oder whatever ich farme und ausgeschlossen ist da TOA TOA ist kein Gefarme ja deswegen ist es Giants Dragons Necro Rift Raid Szenario wenn man möchte dann kommen wir zum nächsten und da habe ich auch echt wie gesagt lange überlegt aber ich mache es für euch weil die Frage auch so aufgekommen ist nämlich kompletter FRR kostet natürlich dementsprechend weil es echt krasser Aufwand ist aber ich habe ich habe mal gesagt ich würde es gerne mal versuchen deswegen hier habt ihr die Möglichkeit dass ich am FRR Tag einen kompletten FRR auf eurem gesamten Account mache das heißt gucke welche Teams bauen wo ist der Fokus oder auch ihr mir sagen könnt was ich bauen soll wenn ihr sagt hey beim FRR sollst du Priorität 1 ist das Dragon Speed Team dann kommt Arena Offensive und so weiter deswegen könnt ihr das auch beeinflussen deswegen ist es nicht so dass ich dann alles mache sondern ihr sagt was ich machen soll und wenn ihr sagt du ich weiß nicht mach du mal dann mache ich einfach wie ich es machen würde also kompletter FRR heißt kompletter Account umruhnen oder auch einzelne Teams je nachdem was du möchtest und ja sowohl das hier als auch gleich die ganz anderen Sachen sind immer nach Absprache weil das Ding ist stellt euch mal vor ein Early Game Account tut den kompletten FRR kaufen das heißt ein Early Game Account wo es einen Giants und ein TOA Team vielleicht gibt das dauert eine dreiviertel Stunde es ist erledigt ein Late Game Account mit 80 Six Stars könnt ihr euch vorstellen dauert ewig von daher je nachdem wie weit der Account ist einigen wir uns vorher was wir genau machen weil eine Stunde zu sieben Stunden steht nicht in Relation für denselben Preis natürlich deswegen bevor ich da anfange das zu machen gibt es zwei Sachen zu klären nämlich erstens was ist das für ein Account was ist das Ziel beim FRR welche Teams soll ich bauen oder welche Monster oder ähnliches welche Wünsche hat der Zuschauer und ähnliches und das zweite ist die Realisierbarkeit deswegen wenn dann jemand sagt hey mein Dragon Team ist bei zwei Minuten ich möchte gerne ein paar Minuten Dragon Team haben ich kann nur so viel machen wie viel die Rune Monster auf dem Account hergeben deswegen wenn es einfach nicht geht dann geht es nicht ja was mich auch zum nächsten Punkt bringt nämlich wenn wir feststellen weil es handelt sich ja hier um Dienstleistungen die ich euch gebe ja wenn es so sein sollte dass ich irgendwie zum Beispiel bei der wo bin ich denn hier bei bei Necro Team zum Beispiel bin ja deswegen um es kurz zu zu vereinfachen ihr könnt TOA oder TOEH Teams von mir kriegen Arena Defense Arena Offensive Rift Teams Raid Necro Dragons Giants ja und damit meine ich wie gesagt nicht nur sagen welche Monster wirklich ich rune die für euch deswegen ich gehe in Optimizer ich lade eure Runen hoch in den Optimizer von mir und tu dann wirklich das Team mit allen Runen bauen ja deswegen kostet auch dementsprechend weil es dann komplett fertig ist mit kompletten Speed Tuning mit Runen gelevelt wenn es Mana da ist oder ähnliches und so weiter und so weiter aber wichtig ist bei allen diesen Sachen die Absprache deswegen wenn ihr zum Beispiel ein Dragons Team anfordert und dann schreibt ihr rein mein Team läuft aktuell zwei Minuten ich will ein Ein-Minute-Team haben dann kann ich von vorne herein sagen oh du der Sprung ist schon echt extrem krass ob das klappt müssen wir mal gucken bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher dann gucke ich kurz auf den Account mache eine grobe Übersicht und schaue dann ist es möglich ist es nicht möglich wenn es nicht möglich ist dann kannst du trotzdem noch entscheiden ob ich es machen soll oder ob ich es probieren soll ansonsten wenn ich finde es ist möglich dann ist es folgendermaßen und zwar ich mache dann das Team ich baue das und ähnliches und wenn es aber dann so ist was ja auch sein kann ist dass es einfach nicht reicht zum Beispiel das Team läuft nur eine Minute und 20 Sekunden weil einfach die Runen nicht reichen ich kann wie gesagt nur so viel machen wie der Account hergibt dann ist es so es wäre für mich unfair gegenüber wenn ich dann zum Beispiel klar eine Dreiviertelstunde Stunde an dem Dragons Team sitze an eurem Account optimiere rumprobiere ausprobiere Runen swappe und dann am Ende kommt halt nicht das Ergebnis raus was gewünscht war weil es vielleicht zu hoch war weil das Ziel zu hoch war weil es einfach nicht geht oder weil es zu viele Teams sind die gebaut werden sollen oder die Kriterien zu eingeschränkt waren dann ist es so ihr bekommt nicht den gesamten Betrag zurück weil das Ding ist ich sage es da eine Dreiviertelstunde deswegen das müsst ihr zugeben wäre unfair auch gegenüber deswegen es wäre aber auch unfair euch gegenüber wenn ich dann sage ja hat nicht geklappt aber Punkte sind weg deswegen von Snuggle kam heute ein guter Einwand und zwar ich baue euch das Team und auch wenn ich sehe oder auch wenn ich im Laufe des Optimizing merke das Team wird einfach nicht das was wir uns als Ziel gesetzt haben oder mehr der Zuschauer sich gesetzt hat baue ich dennoch das Team so fertig dass es nach meinem Wissen bestmöglich läuft also dass ich dann trotzdem das Team so baue dass das Team funktioniert dass es safe ist und dass es wie gesagt funktioniert und farmbar ist und dann ist es so ihr bekommt dennoch wenn das gewünschte Ergebnis was wir beide festgelegt haben nicht erreicht worden ist bekommt ihr 50% der gezahlten Punkte zurück ja ich finde das ist fair weil ihr habt dennoch was davon gehabt auch wenn es nicht das Ziel war ihr habt trotzdem meines 18 eine Verbesserung bekommen plus zwar nicht das Ergebnis was geplant war aber ich habe auch meine Zeit dafür aufgebracht und das soll wie ich finde auch nicht ausgebeutet werden sage ich mal von daher finde ich diese 50% Refund Regel wenn nach Absprache das gesetzte Ziel nicht erreicht worden ist dass es dann 50% der Punkte zurück gibt das finde ich echt fair ansonsten ähm ja das war's wie gesagt das Video war eh wieder mal lang genug deswegen das sind die Neuerungen hier am Stream zwecks dem neuen Punktesystem wie ihr die neuen Punkte dann auch nachträglich wieder geertet bekommt falls ihr viele hattet früher wie das ist ähm mit dem Ausgeben der Punkte was ihr euch holen könnt und so weiter wie die ganzen Commands funktionieren und 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 deswegen um das Video nicht nach unnötigen Länge zu ziehen bedanke ich mich fürs Zugucken und wir sehen uns wie gesagt eh heute ähm am Stream heute gibt es den ganz normalen 10 Stunden Plus Stream wie jeden Samstag ähm und wenn ihr dann noch Fragen habt oder ähnliches ähm wie gesagt ich bin da meldet euch und dann können wir gucken was wir machen ansonsten wie gesagt ich hab das System jetzt schon am Stream gestern vorgestellt und die Leute vor allem was mich gefreut hat sehr viele Leute die viele Punkte hatten finden das neue System anspruchs wie soll ich nicht anspruchsvoll sondern anregend kann man so sagen ähm weil sie auch finden dass einfach die Sachen die man hier kaufen kann sich lohnen sag ich mal ja dass praktisch eine hohe Attendance eine hohe Watchtime eine hohe Anwesenheit oder auch eine kontinuierliche Anwesenheit sich auszahlt weil ich euch mehr geben kann plus da ich immer noch kein Twitch Partner bin ähm und es dennoch sehr viele Leute gibt die suppen obwohl ich nur ein einziges Subscriber Icon habe und sonst gar nichts während auf anderen Streams man bekommt irgendwie 20 Icons und Vorteile bei Giveaways und alles das habe ich alles nicht weil ich kein Twitch Partner bin ähm deswegen ist das hier mit dem neuen Punktesystem und Video abzurunden auch für mich eine Sache die ich euch geben will deswegen ich möchte euch für euren Sub wenn ihr diesen Supporter lasst oder auch eine Donation oder eine Bit Donation ähm möchte ich euch mehr zurückgeben für das was ihr mir gebt durch den Support anstatt nur irgendwie ein Icon und eine hohe Uptime vom Stream oder Hilfestellungen deswegen also die immer zwischendurch waren daher habt ihr auch für euren Spielstil einfach mehr deswegen wie gesagt Subs bekommen dreifache Punkte ähm das heißt die können viel schneller diese ganzen Sachen sich freischalten kaufen ähm und haben davon einfach mehr finde ich auch von diesem Sub ja von daher das war's 37 Minuten Video oh mein Gott und ansonsten ja was weiterhin auch noch bleibt kann ich auch noch kurz sagen kurz zum Schluss ich finde immer was Neues ist Loots deswegen wer es nicht kennt ähm mit Loots ähm könnt ihr einen Streamer supporten und eine kleine Nachricht im Stream anzeigen lassen und ich hab's auch so gemacht on Stream jeden Monat ähm am Ende des Monats beziehungsweise am ersten Tag des nächsten Monats wenn ich streame guck ich wer hat im letzten Monat die meisten Loots dagelassen ähm und hier seht ihr übrigens wie das aussieht mit den Loots und die Top 5 Leute die in den Top 5 sind der Looter im letzten Monat bekommen jeweils 1000 Punkte das heißt ihr seht auch wenn ihr nicht irgendwie suppen wollt oder ähnliches aber trotzdem ähm die Hilfe schnellstmöglich in Anspruch nehmen wollt mit diesem ganzen Team bauen und so weiter ihr könnt kostenlos mit Loots den Stream supporten und wenn ihr dann in Top 5 seid ähm am Ende des Monats bekommt ihr wie gesagt einen kleinen Value von mir im Sinne von 1000 Points aber ansonsten wie das funktioniert mit den Loots könnt ihr euch auch nochmal im Stream reinziehen deswegen wenn ihr am Stream seid auswählzeichen Loots da ist eine kleine Anleitung wie es alles funktioniert und so weiter das wäre auch noch auf jeden Fall dabei in dem Sinne das war es jetzt wirklich von dem Video deswegen danke 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 fürs zugucken und auch nochmal vielen Dank für den megamäßig krassen Support vor allem im vergangenen Jahr und wie gesagt wir haben jetzt 2019 und ich will ein bisschen frischen Wind in den Stream bringen mit paar neuen Änderungen und ich bin mal gespannt wie es sich so entwickelt vielleicht tue ich nochmal ein paar Preise anpassen deswegen ist jetzt erstmal so ein erster Testlauf und dann schauen wir mal wie das neue System auch auf längere Zeit bei euch ankommt auf jeden Fall das war es von diesem extrem langen Announcement Video was oder morgen oder beim nächsten YouTube Video oder wann auch immer deswegen macht es gut bis zum nächsten Mal und Tschüss Tschüss